Ah, Timmy, na? Es geht. Hast du Bock auf Wrecking Ball, Alter? Was ist Wrecking Ball? Moin Leute! Herzlich willkommen zu einem weiteren Tag der Happy Wheels Woche. Das bedeutet, jeden Tag um 14 Uhr eine neue Folge von Happy Wheels. Ich meine jeden zweiten Tag 14 Uhr. Und wir starten mit einem krassen Paluten-Pogo-Fight. Denn wir spielen heute wieder eure Level. Hallo, willkommen zu meiner Pogo-Fight-Paluten-Edition. In diesem Pogo-Fight hat Evil Mini-Paluten-Edgar gefangen genommen. Du musst ihn besiegen und ganz viele andere Gegner, um Edgar zu retten. Gemacht von Darkissivko. Alter, willkommen zu meiner Paluten-Pogo-Fight-Edition. Du musst jetzt Edgar retten. Tut mir leid. Ich hab... Ich hab... Mann, mir geht's nicht gut. Okay, Timmy... Timmy hat mich deabonniert. Alter, schwer. Okay, das ist... Das ist krass. Das ist mies, Alter. Dafür kassierst du. Ja, jawohl. Das hast du verdient, Timmy, Alter. Okay, oh, Manuel's Mutter. Die ist auch dirty. Aber überlebt. Ist das Manuel... Wer ist er? Timmy's Vater. Nein, Timmy's Vater. Okay, damit haben wir seine gesamte Familie ausgelöscht. Der Obdachlose. Ja, aber das ist doch... Lass ihn doch, Mann. Psycho-Weihnachtsmann. Sag mal, jetzt mach doch nicht... Mach doch nicht Santa Claus, Alter. Was hat... Vor allen Dingen... Was hat denn der mit Evil-Minipaluten zu tun? So, okay. Er hat nur einen Stuhl. Batz, Alter. Als ob! Junge, er hat einfach Minipaluten nachgebaut. Und zwar evil. Zack, Alter. Der Boss. Er kassiert nochmal... Warte, er kassiert nochmal Tritt. Oh, nee, warte. Ich nimm doch lieber den Victory. Ich hab Angst, dass ich den Kopf verliere. Ah, Gott sei Dank, Junge. Da ist Edgar. Junge, dich hätte ich fast nicht wiedererkannt. Und... Oh, warte. Ja, und... Sehr geil. Sowas liebe ich. Das ist halt einfach ein bisschen was anderes in Sachen Happy Wheels Level. Oh, der hat nur einen halben Stär... Oh, Dean Paluten-Fan. Er hat auch nichts zu seinem Level geschrieben. Bitte grüßt Dean. Ja, Leute, wenn ihr mir... Hier ist some text. Wenn ihr mir... Also, bitte... Okay, Dean. Ich grüße dich. Aber das ist halt... Damit können wir wenig anfangen, Dean. Das... Weil das Ding ist, sonst müssen wir zukünftig solche Level... Solche Level überspringen. Das Level ist noch nicht fertig. Ah, ja. Okay. Gut. Paluten Jump Overhead von derfuchste. Oder derfuchs.de. Ah, ja. Okay. Meine Nase juckt. Kann man bitte... Timmy? Timmy, du Mieser. Oh, sorry. Such einfach auf itch.io nach Paluten-Game. Du hast ein Paluten-Spiel gemacht? Gucke ich mir bei Gelegenheit mal an. Danke. 2010 Leon TikTok. Bitte spiel das Paluten. Okay. Hallo Paluten. Hallo. Muss ich hier rein? Okay. Ähm. Ich... Warte. Warte. Ich bin drin. Ich bin... Warte. Ne. Ich bin doch noch nicht drin. Äh. Ja, warte. Ich... 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 Passte da nicht rein. Der passt nicht. Jetzt. Sehr gut. Ja. Perfekt. Es tut mir leid. Das Level funktioniert nicht. Wir spielen jetzt Paluten-Timmy. Der Boss. Oh, miese Bewertung. Also im positiven Sinne. Hallo, lieber Paluten. Und liebe Zuschauer. Ich habe ein kurzes Boss-Fight-Level gegen Timmy gebaut. Es ist zwar kurz und nicht sonderlich schön, aber ich hoffe, es macht trotzdem... Digi, du hast voll die guten Bewertungen. Also, mach dir nicht schlecht. Paluten, ich hoffe, dir geht's gut. Ich wünsche dir viel Spaß bei meinem Level. Ja, okay. Aha. Oh, oh. Das tut mir leid. Da bin ich über seine Finger gefahren. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Wie soll ich das... Okay, das war... Timmy is super live. Ja, okay. Aua. Man, ich komme... Wie soll ich da durch? Warte, wir brauchen Tempo. 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 Oh, ich wurde nach oben geboostet. Verdammt. Ja. Ja. Oh, ich habe es. Maschine. Ach, das. Ach, Timmy. Jetzt schenke ich das erst. Guck mal, da links ist Timmy. Alter, der hatte diesen Bulldozer. Der Kranke. Oh. Von Timer HD. Das Level war sogar in den Top-Happy-Wheels-Leveln dieser Woche. Hyperloten-Spiel vorsichtig, sonst bleibst du doof stecken. Z-Z-Savanna. Okay. Digi, was? Das ist von dir? Es tut mir wirklich leid. Aber ich habe so das Gefühl, dass es einfach so ein geripptes Level ist. Das hat ja nichts mit Paluten zu tun, weißt du? Aber das ist kein Paluten-Level. Schreibt mal bitte eure Meinung in die Kommentare. Ich will ihn jetzt auch nicht irgendwie vorverurteilen. Wisst ihr, was ich meine? Aber es wirkt halt einfach so ein bisschen so. Timer HD. Es tut mir leid. Aber ich check's nicht. Paluten-Adventure von Jan. Hi. Mein aufwendigstes Level. Und mein drittes. Ich hoffe, es gefällt dir. Und es freut mich richtig, dass du wieder Heavy-Wheels spielst. Bitte mehr. Bauteil anderthalb Stunden. Kannst du bitte Jan und... Jo, das ist doch eine Gang. Das ist einfach eine Gang, die beiden. Hier mal ein Level mit dem Motorrad. Wenn du zu schnell fährst, nimmst du die Münzen nicht auf. Ziel, alle Münzen sammeln. Mit Leertaste kriegst du... Ah, da... Oh, oh, ha! Da kriegen wir ja wirklich... Alter! Da kriegen wir wirklich den Boost. Oh, ja. Das habe ich jetzt schon nicht geschafft. Ähm, mir fehlt... Ja, warte. Oh. W... Man, warum bin ich geplatzt? Ach, Paletto, das ist das romantischste Date, was ich jemals hatte. Ja. Wirklich? Ja. Man, du bist so ein Teufelskerl. Du hast auch so krasse Muskeln. Oh, danke. Man, ich habe die wieder nicht bekommen. Ja, du hast einen Bizeps. Der ist so krass. Ja, ja. Ja, ich sehe dich immer im Internet. Du bist ja auch so ein... So ein Krasser. Du bist so ein Player, oder? Ja, natürlich. Ich bin ein Player. Ihr kennt Paletto, Alter. Die Ladies sind verrückt. Ach, Mann! So, warte mal. Ich fahre hier ganz normal und sammle das jetzt ein. Ich mache jetzt mal so einen Turbo Boost, damit ich von diesem... Ja, Mann, aber dann macht mich der... Der Santa Claus macht mich weg. Mann, ey, ich habe mich doch in dir getäuscht. Du bist ja voll der Loser. Mann. Warum habe ich hier kein Glück bei den Frauen? Doch, ich habe eine super Frau. Aber in Heavy Wheels habe ich das nicht. Ja, aber man... Verdammt! Meine Frau darf dieses Video niemals sehen. So, warte mal. Ja, ja, guck mal. Jetzt kriege ich hier diesen Turbo Boost, aber den will ich nicht. Warte mal, warte mal, warte mal. So. Wartet. Und jetzt. Ja, toll. Das schaffe ich doch jetzt schon wieder nicht, weil irgendwas ist hier... Ach, ich schaffe jetzt nicht mal den ersten Sprung, oder was? Was willst du denn jetzt? Ja, jetzt habe ich zu viel Boost gegeben. Jetzt ist meine Frau explodiert. Das ist doch auch... Das ist doch auch blöd jetzt. Oh, ich habe... Warte, 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 warte. Ich... Ich lebe noch. Ich lebe noch. Ich lebe. Ich bin tot. Ja, jetzt... Genau, jetzt will ich ein bisschen... Ich will eigentlich stoppen. Oha. Ja, ja. Sehr gut. Das ist nämlich so eine freaking Mine, Alter. Da schieße ich aber den freaking Weihnachtsmann will ich da drauf schießen. Warte mal. Timing jetzt. Ja, perfekt. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Ich bin da. Ich bin da. Mann, du, der explodiert. So, mach einfach mal weiter. Paluten-Kanone. Stirb einfach nicht. Danke. Ich gehe in deine Kanone. Aha. Oha. Guck mal hier. Zack, Alter. Ich gehe nicht in die Rakete. Zack. Toilette. Scheiße, ich habe ein. Da war... Wie soll ich denn nach da oben kommen? Diggi. Nee, da... Ich nehme die Toilette mit. Die Toilette und ich, wir sind wie Brüder. Dass viele nicht wissen, ich wurde auf so einer Toilette geboren. Komm, die Toilette. Wir beide. Du bist es. Du bist die Beste. Ja. Junge, endlich mal wieder den freaking Victory-Sound. Paluten-Mini. Hallo, Paluten. Dies ist ein kleines Level. Kleine Schwierigkeit. Danke, Mikey LPs. Fahre ich hier einfach so rum? Mikey? Oh, Mikey. Was für einen teufelschen Plan hast du da geschmiedet, Mikey? Oh, ja. Oh, au. Alter, Mikey. Du bist krank. Du bist krank, Mikey. Du willst hier... Ich und meinen armen Sohn. Ich und mein armer Sohn. Sohn, du bist mein Schutzschild. Und ich bin im Ziel. Ah, ein Traum. Palutens Bergtour von Filmini Travel. Hier eine kleine Bergtour mit dem Fahrrad. Ah, das ist doch schön. Schaut mal gerne bei ihm vorbei. Ich mach jetzt... Oh, Timmy. 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 Timmy, ich hab's verkackt, Mann. So, komm, Timmy. Ah, Mann. Eine tolle Bergtour mit dir, Palermo. Das macht ihm am meisten Spaß mit dir auf die Paluten. Wir müssen aussteigen. Ich erinnere mich ein bisschen an die Szene mit Kai Pflaume, als wir da nicht rausgejumpt sind. Hier ein Clip. Oh, wir hätten aussteigen müssen. Scheiße. Nein, nicht wahr. Ich warte, lieber. Wir fahren jetzt nicht wieder runter. Das ist nicht wahr. Oh, oha. Er hat hier einfach Leute beim Schief. Alter. Oder das sind diese Emojis von WhatsApp, oder nicht? Alter, wer ist er denn hier am Jumpen? Oha. Das ist... Oh, das... Die fallen runter. Oh, ja. Front Flip. Da war ein Kürbis. Da ist noch ein Kürbis. Oh, oh, oh. Wer war das? Santa Claus? Santa Claus, bist du's? Warum hast du mir dieses Jahr keine Geschenke gemacht? Also letztes Jahr? Ich war doch... Ich war echt brav. Ja, okay. Ich war hier längst. Aber hier sind Kack-Emojis. Es ist die Emoji-Map. Hier einmal hoch. Chillig. Hier einmal hoch. Philippinen und Deutschland. Okay. Er reist immer gern. Schau mal in die... Du mies. Hallo Paluten, da bin ich wieder. Ja, hallo Timmy. Sag mal, warum bist du so genervt? Ja, ich bin eben gerade vorm Ziel, bin ich abgekratzt von so komischen Superminen. Spiel halt besser. Sag mal, Timmy, seit wann bist du so frech geworden? Ja, warum bist du so scheiße? Sag mal, was soll das denn jetzt? Du kannst dich doch jetzt nicht... Was willst du denn, Alter? Du sollst spielen, du sollst dann leider. Du sollst dann noch die Schnauze halten. Ah, Timmy, Alter. Du bist echt frech geworden. Du hast ja auch gar kein... Du hast ja auch gar kein Mitleid mit mir, habe ich das Gefühl. Ja, warum soll ich mit so einem Opfer auch Mitleid haben? Ja. Ah! Ja, das hast du davon, Timmy. Und jetzt hier muss ich... Ne, muss ich hier schon Gas geben, weil hier die Minen... Da sind die... Ja! Dean Paluten-Fan. Moin Paluten. Ja, moin Dean. Warte mal, dich hatte ich doch heute schon. Okay. Das ist scheinbar Deans zweites Level. Ja. Okay. Es ist meiner Meinung nach besser als Deans erstes Level. Oh ja, ich habe überlebt. Oh, oh. Sehr gut. Kannst du bitte Dean grüßen? Habe ich doch schon gemacht, Dean, Mann. Paluten-Quiz. Von Basti El Puffy. Moin Palle. Hier ein kleines Level für dich. Bleib wie du bist. Wie heißt Paluten sein Schwein? Edgar? Easy. Wie heißt Paluten sein Podcast? Kotbruder. Hört ihn euch an, Leute. Gibt es kostenlos auf Spotify. Mit wem macht Paluten diesen Podcast? Mit Zombie? Natürlich mit German Let's Play. Der nach seiner Operation wieder gesund ist. Wie heißt das beliebteste Video auf Palutens Kanal? Zombie will uns alle umbringen? Nee. Ich bin der Mörder. Ach ja, also ein Mörder. War da Paluten seinen Kanal gegründet? 17.10. Nee, 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 nee. Doch. Nee. Ich war kurz verwirrt. Es ist auch einfach nur... Sag mal, warum breche ich mir hier immer meine Beine? Es ist auch einfach nur geisteskrank, wie lange ich diesen Quatsch auch schon mache. Wirklich. Damals dachte ich mir, oh, ich habe Silvesterferien. Ich mache einfach ein paar Gaming-Videos. Junge, und jetzt, was daraus alles entstanden ist. Wirklich. Also ihr habt irgendwie 10.000 Videos gemacht. Viel Spaß. Danke. Danke. Oh, guck mal. Wo das... Ist halt einfach null. Paluten Manual Mudda. Ey, das tat so unfassbar weh in meinen Ohren. Digger 94? Ey, wenn das der Digger 94 ist. Ich glaube, Digger 94 hatte ich auch noch damals auf Steam. Junge, das war einer meiner ersten Zuschauer, die auch so regelmäßig am Start... Doch, das muss Digger 94 gewesen sein. Hey, Paluten, ich dachte, ich reuploade mal ein altes Level. Wenn es dir gefällt, nehme ich noch ein paar alte, die ich noch für gut befinde nach all den Jahren. Ach, die ich nie gezockt habe, oder was? Liebe Grüße, Michael, Digger 94. Ey, das muss der Digger sein. Das war einer meiner richtigen Oldschool-Zuschauer. Ohne Witz. Also wirklich, ich rede von den Anfängen meines Kanals. Oh, ja, ich muss hier durch. Kein Problem. Kurz. Oh, das schafft es. Mann. Ah. Ah. Okay. Aus dieser Position kommt man leider nicht mehr raus. Ja. Elegant. Super. Perfekt. Ja. Nein. Mann, bitte. So, warte mal. Vielleicht an der Seite diesmal. Ja. Oh. Ach, das ist doch ein Scherz. Ja, ja, ja. Na. Ah. Nein. Nein. Warum? Nein. Ah. Jetzt, 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 jetzt. Jetzt wird es was. Ah. Warte mal. Ich halte mich kurz fest. Ja, sehr gut. Nee, 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 nee. Brudi, mach nicht diesen. Genau. Zack. Genau. Mach dich gerade. Okay, das waren meine Beine. Das war, das ist Glas. Das tut weh. Oh nein. Oh, diese Level. Junge, die waren. Oh Gott, das ist gefährlich. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ah, jetzt, genau. Da muss man, hier muss man sich jetzt so ein bisschen durchkämpfen. Warte. Ja, sehr gut. Okay, perfekt. Das ist nicht so einfach, wenn man keine Beine mehr besitzt. Okay. Chillig. Chillig. Easy. Oh nein, nein. Das waren so richtig, das sind so richtig schlimme Dinger. Da musst du dann durch diese ganzen Bälle da durch. Bitte nicht. Tu mir das nicht an. Okay. Durch die Bälle. Da ist auch, mein Bein ist noch da. Nee, ich muss, ich muss hier. Die Bälle müssen weg. Ja, ich komm durch. Nee, warte, ich war schon fast durch. Ich war? Ja, ja, ich bin da. Ich bin da. Okay. Alles gut. Okay, warte. Und? Oh, Brudi, warum? Warum geht das immer noch weiter? Digga, bitte. Bitte, jetzt, nee, jetzt hier so Ketten, Alter. Nein, nein, du darfst nicht, ich darf das, ich darf. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Der Junge, 93 Sekunden haben wir dafür gebraucht. Karls macht Pizza. Das ist mein erstes Level. Und auch nicht besonders gut. Aber egal. Trotzdem viel Spaß bei dem Level-Paluten und die anderen, die das spielen. Ja, ja. Ich weiß, was du meinst, Karl. Ich weiß, was du meinst mit dem Ist-Nicht. Es sind einfach Striche. Ich meine, Leute, verstehe mich nicht falsch. Ich freue mich ja über die Level. Aber lasst euch bitte Zeit, Alter. Ihr müsst nicht rushen. Weil umso geilere Level wir haben, auch umso mehr Spaß macht das allen. Mir beim Spielen, euch beim Zuschauen. Ich muss zugeben, ich weiß gar nicht mehr, wie wir es früher gemacht haben. Ob wir dann nach besten Leveln sortiert haben. Es ist ja auch einfach schon sechs Jahre her. Sechs Jahre. Junge, sechs Jahre machen manche Leute noch nicht mal YouTube. Da wird einem teilweise auch einfach mal bewusst, wie lange man wirklich diesen Kram... Schon macht. Ganz ehrlich, Karl. Möge dein... Dein eines Pizzastück. Nur eins, nicht alle. Ein bisschen nicht so gut, wie die anderen schmecken. Das erinnert mich an dieses... Kennt ihr dieses... Wie... Was war das? Dieses Einhorn? Karl! Ich weiß nicht mal, wie das genau geht. Karl! Aber Karl! Oh, ja, 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 ja! Der Bottle Run von Cool Factory. Haluten Bottle Run. Easy. First Try. Ich bin gut im Bottle Run. Ja, was war ja jetzt nicht meine Schuld? Warte mal, ich mach das so. Guck mal hier. Palettos. Ja, ich muss irgendwie... Ich brauch... Ich brauch mehr Airtime, kann das sein? Jaja. Und da sind wir drin. Schöner Palutenkopf. Paluten Instant Tod. Von Ich mag Pommes, lol. Das ist mein erstes Level. Danke für die... Für die Kindheit. Ja, bitte, Digi. Pogo Fight. Ah, von unserem guten Freund El Sugma. Oh. Timmy hat dem Podcast nur einen Stern gegeben. Wow. Moda von Timmy. Sondern, dann haben sie das gesagt, weil sie der Meinung waren, dass ich vielleicht mal meine Hausaufgaben machen sollte. Und, weißt du, wisst ihr, was ich meine? Eltern machen ja so Verbote und so. Machen sie nicht, um einen ärgern zu wollen. Aber ich weiß, ich wollte das auch nicht hören. Wenn meine Eltern gesagt haben, oh, heute spielst du aber kein World of Warcraft mehr. Da hab ich gesagt, doch, Mama. Ja, warte mal. Nein, ich will da nicht wieder rein. Ich will da... Manuel's Mutter wieder nur am Essen. Nee, die Frau hat abgenommen. Ja, hat Manuel mir erzählt. Guck mal, wenn ihr den Podcast hören würdet, dann würdet ihr das wissen. Denn Manuel ist nämlich auch richtig stolz auf seine Mami. Weil die halt so echt gut abgenommen hat. Das finde ich cool. Also freut mich für sie, weil das Manuel sagt, du bist so ein Mülleimer. Boah, ich werde mir gleich auch ordentlich was zu essen machen. Ich habe richtig Hunger. Ey, Junge. Ich habe es geschafft. Nein, da gibt es noch mehr Level. Zwilling hat Minecraft Return abgesagt. Upsi. Upsi. Ich weiß nicht, Minecraft Return. Das habe ich noch nie von gehört. Keine Ahnung, was das sein soll. Sorry. Oh. Ein explosiver Creeper. Da müssen wir jetzt aufpassen. Okay, easy. Easy, easy. Schlangentechnik. Ausgezeichnet. Der Endboss. Wer ist der Endboss? Oh, nee, warte, was? Geh lieber zum Arsch, statt Videos zu machen. Stoß ihm ins Loch. Okay. Okay. Jawohl. Wir haben nicht aufgegeben. Paluten Snowman von Timer HD. Yo, Palle, pass auf die Schneemänner auf. Timer HD. Das ist schon wieder so ein Level. Es tut mir leid. Schreibt eure Meinung bitte in die Kommentare. Paluten Pogo Fight von Felix mit der Gun. Okay, Felix, Alter. Chill. Ah, ja. Okay, Tom. Wer ist Markus? Markus Söder. Okay, warte, hier steckt was. Hier steckt was ganz quer, Alter. Okay, chillig. Okay, warte mal. Schaffe ich es nicht, den Typen mal irgendwie zu entwaffnen, ohne dass das Ding... Junge, ist... Warte, das ist jetzt gut. Das ist gut. Aber er nervt jetzt hier noch ein bisschen. Ja, du bist im Weg. Die Sachen sind zu... Oh, warte, warte. Das ist noch... Ist noch nicht so schlimm. Ja, das Ding ist, man kann jetzt hier nicht springen. Ja, wir können hier... Nee, 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 nee. Es tut mir leid. Wir gehen weiter. Paluten Impossible. Hey, Paluten, ich hoffe, das Level gefällt dir. Könntest du vielleicht Strudi grüßen? Wäre echt nett. Ja, Strudi, grüße. Das ist mein erstes Level. Ich hoffe, es gibt... Brudi? Brudi, man kommt doch da gar nicht rüber. Soll man das auch mit den Pogo-Typen machen? Ja, aber hier ist eine... Junge, wie soll ich das denn schnell genug schaffen? Hier kommt... Junge, hier kommt eine Mine. Junge, was soll ich denn hier machen? Brudi, Brudi, das ist... Ich muss... Rein theoretisch... Ja, allein die Harpunen... Die Harpunen sind schon zu sick. Okay, warte mal. Wenn ich das überleben... Ja, warte. Perfekt, warte. Oh, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Chillig. Ich müsste die... Ja, chill. Chill. Verpiss dich, Mine. Verpiss... Okay. Paluten 2024. Vom Bambolo LP. Hab das Level gebaut, als ich 14 war. Heute bin ich 22 und gucke teilweise immer noch deine Videos. Dachte mir, dass ich deinem Wunsch nachkomme und Level hochlade. Kannst du die lässige Minecraft-Probe bestehend aus Luba, Mikey und Julia grüßen? Ja, schöne Grüße an euch. Okay. Viel Spaß und... Wuhu! Okay, kleiner Jetfall am Anfang. Immer gut, ist Klassiker. Jetfall... Ah, ist immer eine gute Zeit. Das Geile ist auch, er hat Checkpoints eingebaut. Ja, ja, perfekt. So, weil jetzt haben wir das Erste geschafft. Dann können wir immer den Checkpoint benutzen. Das Zweite haben wir auch. Geil. Ah, ab hier kann man Checkpoint benutzen. Okay. I came in like a wrecking ball. Uh, uh, oh nein, dieses Slow-Level. Okay. Aber jetzt guck mal, Checkpoint. Oh, Paluten, was geht? Ah, Timmy, na, was geht? Hast du Bock auf Wrecking Ball, Alter? Was ist Wrecking Ball? Ja, das weiß ich auch nicht, Timmy, Alter. Hahaha. Hahaha. Ah, geil, Mann. So, warte mal, jetzt das Slow-Level. Okay, Slow, Slow, Slow. Slow, Slow, Slow. Slow, Slow, Slow. Slowly, Slow. Slowly, Slow. Epic. Oh, oh ja. Ah, das könnte schwer werden. Nein. Ich hasse es, wenn man da noch rückwärts fällt. Hallo, Paluten. Ey, Timmy, ohne Witz. Bitte, lass mich einfach in Ruhe. Wieso? Oh, nee, warte, komm, Timmy, Alter. Hahaha. Hahaha. Das war so klar, Mann. Ich bin... Nein. Ach, komm. So, Leute, das war's mit der heutigen Folge von Happy Wheels. Wenn es euch gefallen hat und ihr Bock habt auf weitere Tage der Happy Wheels Woche, dann lasst gerne ein fricken Like da. Oh, Mann, Palenu, du bist so ein Loser. Ja, das bin ich. Leute, wie gesagt, lasst ein Like da. Schaut gerne auf paluten.shop vorbei. Für Mini-Paluten vieles mehr. Euch noch einen schönen Tag. Und ein Tag. 1